. 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 Nein, falscher Zaub. Doof. Ich glaube ich guck mal an wie das ausschaut. Haha, richtig geil. Ahhhh, Blitzschlag. Dankeschön. Einmal rasten. Schnell speichern. Fast vergessen. Ist hier irgendeine Truhe? Nein, scheiße. Schnell. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Aha. Aua. Ja, ich kann das level. Aha. So ein Noob. Also, wir können auf jeden Fall ein neues Level machen. Das ist gut. Felsmauer. Okay. Da ist irgendwas dahinter. Da brennt auf jeden Fall auch Licht. Oh, jetzt habe ich gedacht, der trifft nicht. Weil, ich mach mal einen anderen Zaub, oder? Schockberührung. Oh, ich sterbe gleich. Lalalalalalalalalala. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Erholung. Ah, jetzt habe ich wieder keine Tränke gekauft. Ich bin vollidiot. Scheiße. das haben wir vergessen jetzt immer noch nicht rasten ich komme nicht hoch jetzt rückwärts geht es immer jetzt kann ich rasten gut oh gott uhr irgendwie bringt der schock zu arbeiten dinge nix oder so noch mal rasten also warten halt hier wäre jetzt ein bett schön dass ich dass ich mich ein level höher bringen kann da ist der nächste zombie irgendwie bringt das auch nix so ein scheiß kalte berührung bringt auch nix was ist das kacke ey das ist echt nicht gut ja 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 aber auch aber auch magie magie so aber die der gien besitzen über den wir suchen müssen nehmen ich bin ein zombie nein und ich mache noch daneben habe ich ja so hoch dafür sind es dafür das es son wie sonst sind sie ziemlich schnell unterwegs so auf wiedersehen auch im bett haben wir jetzt rasten und ich bin schon es ist ja cool drei attribute was nehmen wir dann Wünskraft Nein Ach komm schon Ja Ja Jo, nein Was war Fuck Nein Alter Ja Ja, Gott sei Dank Alles nehmen, bitte Hallo Das kann nichts wahr sein Ist jetzt alles wieder gut Hallo Ihr, wie seid ihr hier hineingekommen? Sind diese schrecklichen Kreaturen weg? Ich gehe nirgendwo Okay Anscheinend sind hier noch irgendwelche Fotzen Äh Zombies unterwegs oder was? Boah, hab ich jetzt Angst bekommen, du Hohoho Jetzt hab ich gedacht, wir sind zum zweiten Mal weg Dann hätte ich aber gefeint heute Abend Dann schauen wir mal, wo hier noch so ein Zombie sein könnte Waren wir vielleicht noch irgendwo nicht? Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken, ey Gott sei Dank Konnte ich noch schneller Äh Konnte ich noch laden Na ja, so hab ich wenigstens meine Dietriche gespart Aber ich bin doch überall durch, oder? Würde mich jetzt eigentlich wundern, wenn ich jetzt hier noch irgendwo ein Zombie nicht getötet hätte Vor allem die sind mir auch eh hauptsächlich alle über den Weg gelaufen Hallo, Zombie Niemand zu Hause Da geht's raus Da geht's noch irgendwo links rein Hä? Wo denn? Ach da Und da ist auch ein Zombie Wisst's was? Da benutzen wir jetzt einfach hier den Stab Das ist ja voll kacke bei denen Oh, toll So, auf Wiedersehen Nein Nein Ich sag dir auf Wiedersehen Yeah Ja, ich kann mit dem Mausrad Oh, cool Wusste ich gar nicht mit raus Dann kann ich hier die Sichtweise ändern Meins Das ist ja voll kacke bei denen Hier in die Mitte